Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Und Gottes Egen ruht auf Davids Haus. Er sieht sich stolz am Ziele seiner Mann. Verbündet sind ihm alle Könige der Welt. Der Größte ist er unter allen Großen. Doch, acht, die Sünde stahl sich in sein Herz. Denn von der Zinne seiner Fresse sah er im abendlichen Garten der Granatbäume holterblühen. Die nackte Schönheit der Badsee war, Tochter Ilians, Urias Weib, die dort im Garten badete mit ihren Frauen. Die Kirche Die Kirche